Und jetzt geht's langsam wirklich hier bei uns auf die Zielgerade. Halbfinale Nummer 1 unter der Leitung von Guess Walker vom Tourist Nettelstedt. Und die beiden Mannschaften der VfL Stuttgart und der Hamburger Sportverein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Stand 3 zu 1. 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 Stand 4. Stand 3 zu 1. 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 Stand 3 zu 1.